einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight survivor ich bin heute das erste mal mit ellen replay unterwegs denn mein randomizer hat gesagt spiel mal ellen also spielen wir mal eine runde ellen sarina wird schon gejagt wurde gejagt wieder vorbei mit jagen und wurde erwischt wieder gejagt so ich will mal versuchen die errungenschaften zu bekommen ich glaube ich nehme bei keinem survivor und bei keinem killer bisher deswegen habe ich nur ihre drei einzigartigen perks mit ich wollte gerade jemand schnarchen einen gen haben wir fertig einen zweiten mach ich gerade wo der acht gen ist während die anderen angefangen haben weiß ich nicht genau aha sind sie wieder dran warum sehr schön in der folge jawohl ja 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 Achso, die bietet sich ja auch jedes Mal an. Naja gut. Oh, cool! Gegen so eine Feuerwehr habe ich von mir gespielt. Alles klar. Ein Blocker damit. Ich muss mal weggehen. Ich muss mal weggehen. Also das mit den Ausweichen von Grundangriffen habe ich auch noch getroffen. Sehr schön. Hier ist ein Toad. Jetzt wird Jake wieder gejagt. Das ist nicht ein Angst. Oh, erschrocken! Der Skin ist so geil. Der Skin ist einfach geil. Brauchst du langsam, Jake? Die Z thought man nicht geht raus. Die hing noch nicht einmal. Ja, es wird knapp. Ich muss weg hier. Okay, das schaff ich nicht. Das war's. Komm, Lars. Das war so knapp. Na ja, gut. Ich hab's probiert. Wir versuchen es irgendwann wieder. Wer hängt? Die ist weggekommen. Hat sie sterben lassen? Das war Yui. Die ist weggekommen. Die ist weggekommen. Warte, also. Bist du wieder weg? Vielleicht schafft sie es. Das wird echt knapp. Das ist weggekommen. Das ist weggekommen. Was? Ja, ja, das schaffst du. Das schaffst du. Yeah. Sehr schön. Ich hab zwar nicht erreicht, was ich haben wollte, aber... Es ist okay. Schattengeborener. Geiselhagen. Schmerzen, das hab ich gehört. So, ultimative Waffe ist klar. Und Totenschaltern. Na gut. Okay. Wow. Ja. Das hat's wirklich gut gemacht. So. Ihr Lieben. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich freue mich auf die nächste Folge morgen von Dead by Daylight. So. Bis bald. Ciao.